Ich möchte hier noch was zu unseren Big Bags sagen, die Verpackung für HK33. Da haben wir uns Gedanken gemacht, gerade was Umweltschutzgründe angeht. Die ganze Verpackung geht mir persönlich tierisch auf den Keks. Wir haben hier eine Verpackung, die als Pfandgebinde überhandelt wird. Wir haben bis zu 100 Zyklen eines Sackes. Das bedeutet, wir haben dann einen Großteil an Folien, die sonst überall rumliegen, nicht mehr. Und die Big Bags sind auch außerordentlich widerstandsfähig. Der Sack wird auf die Maschine gesetzt und unten gibt es einen Auslauf und das Material läuft eigenständig in die Maschine zum Verarbeiten. Untertitelung. BR 2018